PENIS! Hihihi, er hat Penis gepackt. Da. Hey, und willkommen zu einer weiteren Folge E.ON! Zusammen mit Meurer und Maxi. Das war aber sehr lang bei dir jetzt. Und viel Spaß! Das hast du aber in der letzten Folge vergessen zu sagen. Ja, weil du zuerst begrüßt hast. Ah. Bam, bam, bam. Äh, ich bin gerade überlegen, geh ich jetzt nochmal in die Instanz rein, um diese Kack-Mission zu machen? Ja. Ja, dann muss ich wieder die Gruppe verlassen. Tschüss! Aber warte zuvor, muss ich dir was zeigen. Jetzt mehr Kino geben. Nein, 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 muss ich euch auch was zeigen. Ich kann dich noch sehen! Ich seh dich! Jetzt lauf nicht weg! Dann gehen wir jetzt ein Wartungsmal in das Tempel. Wir müssen den dann wahrscheinlich wieder irgendwie schnell durchwaschen. Rush B. Ach ne, ja gut, dann, äh, man sieht sich. Ja, die Flügel, die man eben in der Muttersucht bekommen hat, die sehen schon knorke aus. Ich hab jetzt natürlich direkt wieder ein Quest bekommen. Das wird dann wahrscheinlich der Quest sein, den Sturm in der letzten Folge gemeint hat. Ne, kann nicht sein. Ah, irgendwo, Auto-Loot, danke. Dann gehen wir noch mal rein. Also bekommt man die Questen hier jetzt nur, wenn man über Level 55 ist. Ja. Gut zu wissen. Ich muss da natürlich mit Level 55 rein gehen. Ich setze jetzt mal den Trank ein. Chugo! Chugo ist ein gutes Geschäft. Chugo ist ein gutes Geschäft. Wer einmal zum Chugo geht, geht nie wieder. Äh, hin. Ein roh Chugo hilft ein gutes Geschäft. Was ist da warm, Alter? Was ist da warm? Willkommen, Young Young. Was geht denn hier denn jetzt ab? Hier ist Krieg! Äh, Kauzi, Kholz und Ambus. Ambus soll es kennen. Kauzi, Kholz, was ist das denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gema kommt einfach in dein Gebiet in der Halsmann. Ok, ich habe jetzt gerade verstanden, die GEMA geht in deinem Gebiet Scheiße, das war jetzt wahrscheinlich ein Fehler Ich brauch nur noch einen von den Viechern, wenn ich Zeit frei habe Sowas geht doch nicht Es gibt viel zu viele unnütze Arbeit Ich soll jetzt nur die scheiß Arbeit machen, wenn ich es nicht nötig bin Gute Frage So, da hinten ist das nächste Fuck you, ein Darm weg Ja, natürlich, dass ich den ein Boss nicht kenne, weil da hinten war ich bisher noch nicht einmal Oder habe ich den gelegt Okay Ja, okay Geht's überhaupt lang Hä? Hä? Ach nee, da muss ich gar nicht lang Ah Ah So besonders gut mit den Leben sieht das jetzt aber auch nicht mehr so aus Oh, das ist Tagelörner, da ist da hinten, wo ich geh von da vorne Wenn ich nicht so Bedeutung Ja Entspadte Ja 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 Ich weiß Wenn du Ja 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 Nein Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und dann wieder eine halbe Stunde lang Zeit verschwenden, in dem ich rumsitze. Ja, ist doch gut so. Warum auch nicht? Ja, warum nicht, hallo? Ich meine, bei euch ist es ja wenigstens noch gut. Ihr müsst nur halb so viel Leben regenerieren wie ich. Ja, umso besser. Ich weiß nicht, dass wir dadurch eine schnellere haben. Na doch, ihr wärt definitiv schneller fertig mit sitzen, um full life zu werden. Ja, wir sind schlau, wir nutzen einfach Zauber oder Heiltränke. Ah. Nee, ich bin geizig. Als ob ich sowas mache. Okay. Als ob die meine ganzen Heiltränke hier bekommen, wie sehe ich denn aus? Ich weiß, sehr geil. Was geht denn hier jetzt eigentlich ab? Der hat doch nichts mehr für mich. Was ist das denn jetzt? Nein, braucht auch niemand. Puls! Doch auch, immer noch. Tetragon Hoppel Monster Abwehr. Gesundheit. Tapihasenhut. Geile Teile kann man sich hier wieder herstellen. Aber das Gute ist ja, in der Zeit, wo ich hier jetzt ausruhe, kann ich ja nochmal schauen. Denke ich, dass ich das kann. Denke ich, dass ich das kann. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Doch, nicht Friermat. Ja, man... Das ist ja immer. Das Moment, wenn man mit dem Handy googeln muss. Dann guckle dir mal ein. Das ist echt nicht cool. Okay. Hier beginnt es. Das ist aber hoffentlich immer noch das Richtige hier. Das sieht so falsch aus. Warum sieht das so falsch aus? Kann ich dir nicht beantworten. Das sind nicht falsch. Das sind einfach nur die scheiß Farben. Und hier haben wir das nochmal. Aber das wird wahrscheinlich auch nichts richtiges sein. Na komm. Spiel. Egal. Ich bin wieder voll live. Dann war diese etwas langweilige Pause jetzt auch vorbei. Nice. Jetzt schau dir nur mal auf. Das ist wie noch. Ich bin gerade nur noch nicht schuld. Die sind da jetzt. Ich mach jetzt nochmal hier die Wache kaputt. Ich bin wieder aufgerufen. Ich bin wieder aufgerufen. Und ich brauche nur noch drei von diesen Tagelöhnern. Dann macht es keinen Sinn die jetzt zu killen. Denn ich weiß dass die hier bei diesem Boss ebenfalls da sind. Das ist nicht so gut. Ich bin wieder aufgerufen. Ich bin wieder aufgerufen. Ich bin wieder aufgerufen. Ich bin wieder aufgerufen. Soll ich auch nicht rum fliegen. MitTyuritenregen? Ist das Zefira? Na ja oder Achaino? Das ist kein würdiges Ziel. Na komm Halfvann hat der ein Showert? kommt von welchen akai nun mal vor dem zeit oder nach dem zeitsprung naja ich fand den ok ja verglichen mit kizaru sieht ja noch aus wie ein richtiger playboy aber das ist ja jetzt auch die sauerung musste ich letztens wieder lesen aber es gibt doch solche idiotischen kittis im riesengroße fette streiterei welt teufelsfurcht schenks doch haben soll okay wir haben uns darüber unterhalten über welche die stärke teufelsfurcht sei darüber haben wir uns nicht unterhalten wir haben uns überhalten unterhalten dass die gasfurcht sehr sehr stark ist ja ist doch so nicht stärkste stärkste frucht das gesagt wird zwar das wenn es doch auch die ist ja sie sich die negiert sämtliche teufelsfrüchte zum teil und du kannst teufelsfrüchte klonen also teufels kräfte können sie ja man ja gesehen also die finster wurde ich schon sie braucht auch lange um ihren status als sie hat ein starkes late game aber in schwarz der normalen also brand quasi eigentlich nicht ich verstehe ich jetzt gerade echt nicht das war eine ganz schlechte anschauen auf die feuerfrucht du bist schon verrückt ich weiß deswegen bin ich auch hier in dieser gruppe ja das stimmt wohl das blitz nur so rum so was muss jetzt die handwerker handwerker die handwerker wieso sieht nicht die handwerker dann halt die beinwerker an die kopfwerker wenn es kommt man los können sie mal bitte den text auch weiterführen so du bist du für mich doch habe ich einen sklaven der ist über mich beschwert weil ich seine arbeit nicht erledige ja das wird ein rotan von mir hat mir so gedacht hey warum nicht war mal lange nicht mehr drinnen angreie angreie ja bitte so setzen wir uns wieder hin um zu wecken warum auch nicht ist doch ein wunderschönes hobby ist ein hobby von dir kann ich an sich die eine aeon folge als eine stunde als ein stundenport hochladen und die nächste dann als 15 minuten oder wenn ich sogar noch weniger damit auch nicht mehr gemacht haben bis zu dem zeitpunkt wo ich mich geweckt habe wahrscheinlich dann kann ich das Wacken rausschneiden das ist sowieso nicht sonderlich viel passiert ich empfehle dir halt um mich da drüber zu spielen ich kann doch schon kaum noch welche ich will die lüder nicht doppelt verwenden weißt du du machst einfach das was capcom immer gerne macht du recycelt mhm kids checken eh nix und einer davon ist er selber und einer davon ist er selber macht er sich lustig obwohl er nicht mal halb so viele hat ich schweige denn jemals hat er was willst du denn jetzt hier vieles noch was schein erledigt ach ich bin doch ich bin ja ja doch warum bin ich denn so schlau ich kann ja so fröhlich so fröhlich so fröhlich bin ausgesprochen fröhlich so fröhlich war ich nie das hab ich bereits das brauche ich nicht mehr ich bin mir sehr sicher dass ich hier doch jetzt vielleicht noch ein level bekommen kann sieht gut aus bisher level up und ich bin wieder voll live easy bieter und schon wieder fast ein erwerb ja gg alter das game ja ist schon das late game ich habe wieder neue fähigkeiten konzentriertes blocken was ist das wir können drei kann man nehmen kann man sich geben ja mach mal nee ich will nicht gegen dich kämpfen doch willst du am arsch und schon wieder eine energiequelle zu angriff ok ich muss wahrscheinlich den meister spielen wieder besiegen das ist der da gehe ich aber zuerst auf den typen ich bin jetzt schon wieder hier in der instanz gewesen ohne ach ja wenn ich jetzt einmal hier drin bin könnte ich aber schauen ob ich da noch eine zweite tue habe wie ich es in der eintrücke gesehen habe ja gut gut nein bleib mich doch nicht fest und ein brauche ne ich wollte doch hinter ne wir hatten schon was noch eingeduldet tatsächlich hier ist noch eine tür ja dieses ziel könnt ihr jetzt nicht angreifen wobei ich sehr freut mich welche items sie bekommen weil track die sich die alu holt vielleicht habe ich auch so einen schatz zu sehen kann man es müssen bekommen weil ich glaube kommen dass die gebrauchten das leute hier und das leute also das leute hier das leute das leute ja 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 ich habe jetzt innerhalb von keinem wieviel folgen schon mehr ich habe es gemacht als die letzten zehn folgen traurig aber wahr wenn wir aufgenommen haben, habe ich schon vier gehört na mir fehlt noch einer, dann bin ich auch beim vierten naja ich habe auch schon vier was geht denn jetzt ab, wieso lauf ich weg? ach so, ja da hat er jetzt einen skill wo da ach ja und für den musste ich den würfel hier killen mann ich möchte ihm die sicherung, dankeschön der würfel regeneriert sich auch noch, oder ob das was geht denn da ab? soo jetzt du dick ist toll und wie immer natürlich easy hab ich was tolles bekommen unser Fasade du 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 du